Station 2, 8, 4, der Countdown läuft. Starship 4, viel Glück, Computer startbereit. Stufe 1, Zündung, Grün, Resaklar, Energie, Positiv, Linear, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Take off! Starship 4, Kurs auf Omega, letzter Check, Systeme klar. Science-Fiction-Reise, wir sind Kinder von der Erde. Können wir im Alter uns anlernen von unserem Land? Science-Fiction-Reise, wir sind Kinder von der Erde. Denn unsere Welt steht schon vor dem Untergang nach unserem Land. Omega-U4, wir leben noch irgendwer. Starship hört ihr uns von der Erde. Wo kommt ihr denn her? Wir sind die, die die Welt ausgesandt. Botschafter, das ihr lernt, hört uns an. Lieben, Leben, Freiheit, Glück, ist die Zukunft kein Zurück. Starship 4, Kurs auf Omega, kommt zu uns, erzählt was war. Science-Fiction-Reise, wir sind Kinder von der Erde. Können wir im Alter uns anlernen von unserem Land? Science-Fiction-Reise, wir sind Kinder von der Erde. Unsere Welt steht schon vor dem Untergang nach unserem Land. Heutenessio-Reise, wir sind Kinder von der Erde. Sei es nicht schon heiß, die sind Kinder von der Erde. Das war's für heute.